Der Oberst sagt zum Adjutanten, morgen früh um neun ist Sonnenfinsternis. Etwas, was nicht alle Tage passiert. Die Männer sollen im Drillig auf dem Kasernenhof stehen und sich das seltene Schauspiel ansehen. Ich werde es Ihnen erklären. Falls es regnet, werden wir nichts sehen, dann sollen Sie in die Sporthalle gehen. Der Adjutant sagt zum Hauptmann, Befehl vom Oberst, seltenes Schauspiel. Morgen um neun ist Sonnenfinsternis. Wenn es regnet, kann man Sie vom Kasernenhof aus nicht sehen, dann findet Sie im Drillig in der Sporthalle. Etwas, was nicht alle Tage passiert, der Oberst wird es erklären. Hauptmann zum Leutnant, Schauspiel vom Oberst, morgen früh um neun Uhr im Drillig, einwandt der Sonnenfinsternis in der Sporthalle. Der Oberst wird es erklären, falls es regnet, natürlich nur seltener ist, wird passiert jeden Tag. Der Leutnant zum Feldbebeln, seltener Schauspielbefehl. Morgen um neun wird der Oberst im Drillig die Sonne verfinstern. Wie es alle Tage passiert in der Sporthalle, wenn ein schöner Tag ist, wird es regnet, Kasernenhof. Feldbebel zum Unteroffizier. Morgen um neun, Verfinsterung des Obersten im Drillig, wegen der Sonne. Wenn es in der Sporthalle regnet, was nicht alle Tage passiert, antreten, Kasernenhof. Sollten Schauspieler da sein, sollen sich selten machen. Gespräch, Gespräch unter den Soldaten, hast du schon gehört, wenn es morgen regnet? Ja, ich weiß, der Oberst will unser Drillig verfinstern. Ja, aber das tollste Ding, wenn die Sonne keinen Hof hat, will er hier einen machen. Schauspieler sollen seltener bekommen. Dann will er erklären, warum er aus rein sportlichen Gründen die Kasernen nicht mehr sehen kann. Schade, dass das nicht alle Tage passiert. Wundern Sie sich jetzt noch, warum auf den Truppenübungsplätzen die Manöverbeobachter nie voll getroffen werden? Wundern Sie sich jetzt noch, warum auf den Truppenübungsplätzen die Manöverbeobachter nie voll getroffen werden? Vielen Dank.